hallo und herzlich willkommen wieder zu mod wars mit dem kurs hallo so wir haben ja gerade festgestellt dass wir unten keine channel mehr haben ja was mir gerade ein bisschen blöd ist so jetzt stellen wir mal 100 me cable mal her jetzt wollen wir halt ein dickes cable mal runterziehen richtig schießt die ist gäbe jetzt weiß ich nicht wo hier hinter der wand war noch so ein creeper gewesen das was blöd man ist kaputt so was eben jetzt ach so lol wir haben nicht mehr genug kloster ne doch ein bisschen ja bist du hallo dass das system ist offline hallo ich hab nichts gemacht hallo lol was denn sind einige platten jetzt aus warum das komplette system ist aus hast du gemacht eigentlich nichts ja doch ok das lockt da an in den karten die oster sind weggeschlagen hat lol so also geht es jetzt wieder jaja ja ich war schon am kraften weißt du und mit einmal geht alles aus so wie war jetzt zwei soll ich die cable jetzt hier nochmal weg machen die dense cable kannst aber jetzt gleich dann nichts bestellen ich bestelle momentan eh nix ich bin ja aktuell noch bei meiner weißt schon ja an meine stromversorgung noch mehr aber falls der reaktor da nicht ausreicht dann müssen wir halt noch einen zweiten bauen 30 x 30 spinnt's wohl doch so 38 die dürfen jetzt so reichen also aktuell kann man nicht mal annähern denn die region wo sich diese reaktor überhaupt mal anschalten würde so das system ist erst mal unten offline unten also oben kann ich noch an ja halt die automatisierung ist gerade offline hier unten ok ich brauche nämlich eigentlich bloß was haben wir denn den yellow read also ich meine gut hier ist erstmal genug drin für die nächsten fünf jahre oder so aber eigentlich noch zu wenig lol unser ganzes yellow read was wir hatten das reicht immer noch nicht aus wir sind jetzt bei 60 prozent also rein passend 3360 in geht's ich gebe jetzt mal gas mal gucken wieviel mal gucken wieviel schon mal produziert ja ein bisschen was kann ich ja speichern jetzt bin ich bei 80.000 und wie gesagt es ist noch keine kühlflüssigkeit drin ne weil max wollte eigentlich so einen kryotonenplaneten erstellen aber irgendwie also ich bin jetzt bei 112.000 rf pro tic so wenig bitte 120.000 rf so noch wenig ja 125.000 ja ich denke mal so auf 130-135.000 geht er hoch so ungefähr gucken ob wir jetzt gleich alle chaneler wieder online sind alle die kapazitobank ist auf jeden fall full ja christo hast recht gehört was alles wieder online wenn du so ein dickes kabel runterziehst ne ja ich konnte mir fast denken ja wahrscheinlich die dance kabel irgendwie keine 32 channels ist jetzt kann man halt gucken wenn du so ein dickes kabel runterziehst ne aktuell sind jetzt gerade 10 channels wir haben noch 12 channels auf dieser eine leitung ja siehst du deswegen sage ich nämlich ich meine du kannst ja du kannst ja auch von diesem kabel kabel jetzt klein weg gehen das ist ja kein problem dann müssen wir dann halt die dance kabel nehmen genau und dann ab und dann halt ab diesem kabel hier die dämpfe ist ja kein problem aber das läuft jetzt wenigstens das ist schon mal gut macht man jetzt so ein lärm da unten alle ich habe nur gerade was gegessen äh hä ich meine jetzt eigentlich den äh den zombie der da unten lärm gemacht hat so ähm pass mal auf dein action bisschen auf ne ja ja hab ich schon mit dem dick jetzt wo er einmal so ein scheiß gelaut hat ja haben wir denn jetzt eigentlich wieder diamanten weiß nicht diamanten ist echt rar ich glaube ich brauche jetzt mal so langsam mal die ender curry setze ich mich jetzt mal dran da habe ich also 19 kabel haben wir noch also me kabel ja passt schon so pulverizer aber das gute alte gesagt die gute alte ender curry äh 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 hier gib mir meine obsidieren hä ich will die bauen ne ich will doch was anderes bauen was anderes hä ich hab obsidieren gerade ins system gerade reingeschmissen aber ich muss davon 16 ich muss pulverizer ich nehme mal bloß 10 stück das reicht ähm so äh achja brauche ich signal signal äh äh unten ne hier oben ist auch eine die reicht mehr jetzt müssen wir einmal kurz block of quads jetzt hier erstmal nicht provisen sondern eigentlich in den Ofen schmeißen dass er halt ähm den wir färbt quads kriegen wenn er gebrannt ist da in forster hab ich auch nicht mehr alter ich brauche neulich muss das mit diamanten klopfen 55 diamanten ne ich hab schon 32 ausgenommen kann man diamanten nirgendwie herstellen boah auf jeden fall geht hier irgendwie ein level äh ja und für die verzauberte bücher ja und also draußen stimmt ja man kann keine diamanten herstellen noch bis jetzt enttäuscht doch man kann sie sieben ein prozent chance und was Revy oh so neu mhm mhm ok war generation auf höhe 10 ist die beste auch mal nur egal muss so ausreichen so ähm also dies auch so genau digital Miner Atomic Eloi vorher noch mal Reinforced Eloi dann brauche ich die und die und dann brauche ich das und das alles klar so jetzt mach erstmal Krach ja mach du mal Krach mojo mach du mal Krach ich denke da nicht so viel Krach also halt ich hör's ja nicht hehehe ne ich auch nicht ach so aus dem Block dem Ding ausgenommen block block so so jetzt haben wir hier neun und machen wir zehn zehn und zehn weil ich baue nämlich gerade noch einen zweiten Digital Miner heißt mach doch draus ein Rezept bitte mach doch draus ein Rezept ja das ist zu kompliziert da die ist zu kompliziert sagen wir nicht ich hab kein Stahl mehr alter ich werde mich verarschen Steel Dust das kann man doch irgendwie anreichern Kohle und Indritch Iron Kohle und Iron ok Mann muss das für Stahl herstellen Alter bist du fertig? ja nochmal hier zehn und zehn ach das hab ich schon äh machen wir das jetzt so und so mit Tommy oder? ja gut ja Skelette ok Skelett ok ja besucht man einmal ganz kurz den Nika hehehehe da kriegst du gleich so ein Begrüßungskomitee was ist denn so ein äh 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 ein Witterskelett normales ach so scheiße Witterskelette spawnen doch nur wenn äh äh Dings ist dann müssen wir so ein Witterskelett einfangen in so einem ähm in so einem Reusable da können wir die in unserer Mobfarm schnetzeln ach ne warte mal das spawnen doch nicht ganz ne es geht gar nicht ja doch wenn wir exakte Kopie machen wenn wir wenn wir wenn wir drüben halt ne wenn wir exakte Kopie machen sicher äh das funktioniert nicht wenn du in dieser Welt äh die Witterskelette spawnen dann kriegst du ein normales Skelett daraus das ist ja für den Arsch ja das ist mit Absicht so das ist scheiße hehehe das ist ja erstmal Steel hergestellt ok oh bist du jetzt gefangen wirst du mal die machen wirst du... achso ohhh du schmeck' dich kaputt du kannst du nix du tüss so und so ok gehen die schon mal rein so jetzt bräuchte ich ich muss erstmal Steel herstellen ohhh ohhh ich brauch 16 Bücher hast du genug Dinger draußen gehabt? genug Level? wir haben nur 40 Emeralds nur? brauchst du aber mehr oder was? ne weil ähm Emeralds funktionieren auch wenn ich das gerade gesehen habe ich muss erstmal Bücher herstellen ich glaub es fehlt jetzt da schon electrical chest leu normale chest fehlt mir leu ja wir haben doch hier draußen Dinge gehabt untrümmende Farmwelt gibt's auch mehr als genug gut eine electrical chest dann können wir einen drauf ich hab dir mal was gespendelt leu was fehlt mir ist noch alles refined obsidian ingot alles klar energy tablet und obsidian ingot energy tablet leu die nimmt er nicht weil die voll sind oder was? ok obsidian also die ender coil wäre fast bald fertig echt? ne du brauchst eh noch diese komischen Teile dazu oder? ja wie mach ich das mit obsidian ingot schon wieder? ja gut pass mal da Speed Upgrade könnte man theoretischerweise machen aber da werd ich ne ich brauch überhaupt keine Level ich bin doch blöd jo warum warte mal warte mal wie heißt das ist das Teil? hm Amal Spindle ist das das Teil? ne quatsch anderes hm hm gehört zu mine factory? hey hm oh sieh electrical chest auto spawner auto spawner so jetzt haben wir hier nen robot jetzt müssen wir rein tritt wie viel robot ist denn zahm wir eigentlich? ähm so eigentlich unendlich alles klar warum? hm auto auto enchanter da brauchen wir nen ender chest guck mal ne pickaxe guck mal ne pickaxe dann brauchen wir nen ähm weißt du nur ne pickaxe hier hin rein lol lol haben wir kein buch mehr da drin nein nein da stehen da scheiß ich brauch' ein buch äh wie fehlt ein papier ist das draus nur irgendwas in deinem? warte ich aber schnell was von drüben jetzt habe ich gerade festgestellt wo durch was was passiert dass die auch was wenn ich durch das portal durchlaufe weißt du durch das portal in die farben will jetzt hat er mich gerade die aufnahme abgebrochen das ist aber auch blöd das ist komisch was machst du eigentlich gameaufnahme oder machst du das ist vielleicht daran liegt muss ich mal beim nächsten beim nächsten mal ändern mal schauen ob es dann immer noch abbricht nein ich habe es aber gleich gemerkt jetzt musst du noch eine zeit gucken weil ich habe die zeit nicht mehr so die krieg ist jetzt hier raus wo woher brauchst du denn mein ordentlicher ich brauche noch etwas stroh und dann passt das einfach kurz die orange in der hand nehmen und sehe ich die leitung ne warte mal wie heißen wie heißen diese diese barrel diese große diese eimer da große dieses fass wie drum oder was drum genau mit ein bisschen glück wo bist du hinten bei der warpa die drum ist also die ist leer die drum ist hinten leer warte mal mach halt einfach wie viel brauchst du denn ein bisschen ich brauche auch strom wie ach laut ne einfach mit einem mal raus aber kann man wie und um strom strom ist ja hier in die wand hier direkt ist kein strom drin Weißer Strom drin Achso, ne, warte mal, ich hab umgestellt Da ist vom Prinzip alles beides da drin Da ist Strom drin und Moppelsenz drin Boah, dann kann ich doch eigentlich Brauchst einfach nur das Ding anzustellen Jo, nützlich Ich werde mal die Bücher dafür haben So, siehste Habe ich doch was gutes gebaut Na ja So, ähm Ich hab noch, Papier hab ich noch Jetzt noch was reingeschmissen Äh, warte mal, ich brauch Ein Buch brauch ich Okay Warte Kann man Papier irgendwie anders herstellen Nein So Ich hab jetzt alles fertig Ich hab halt von drüben hab ich halt Ding geholt Wir können halt höchstens, ähm Mit in die Farbe drüben reinpacken Hm Mit in die Farbe drüben reinpacken Doch kann man Das und dann aber das Passt schon Okay Wieser echt so dunkle Farbbild Weiß nicht Ich stelle jetzt gerade die, 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 die zweite Ding auf In den In den zweiten, ähm Digital Miner So So Und zwar hier hin Einmal da hin So Achso, warte mal Da brauchen wir ja wieder Config New Itemfilter Itemstack Und zwar einmal dich Save Und dann müsst ihr hier unten auf jeden Fall umschalten auf, auf IO Und hier ist Höhe 60 angegeben, müssen die auf Höhe Ähm Das heißt, wir machen auf Höhe Ähm 75 Du kriegst sogar 6 Papier raus Radius ist 60 32 Maximal Okay So, und das geht runter bis zur Höhe 0 Okay, jetzt muss ich nur noch Muss ich nur noch schnell ein bisschen Koppel besorgen Nein Gewinne so eher jetzt am Papier So Ups Und jetzt die Bücher, klingt doch schon mal soweit sehr gut Ähm So Einmal das Und einmal das Hier füllt der Itemstack Ähm, einmal Normalstone So, wir sind aber auch schon am Ende der Folge an der Wand gegen 21 Minuten Warte, gleich, machen wir gleich Einmal Cobblestone Zack Und jetzt haben wir einfach mal die Items für eingestellt Ähm Oh, wir haben ein Effizienzbuch, das behalten war Hä? Noch ein Effizienzbuch Oh Wollen wir so ein Effizienzbuch behalten? Ähm 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 Was ist denn mit dem Effizienzbuch, ist das nicht egal? Ähm 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 Achso Leute, da brauche ich noch diese Upgrades, verdammt Verdammt So Geht das automatisch aus oder nicht? Na gut, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben und bis morgen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.